Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, bereits seit Jahren nutze ich Rasentrimmer um in Ecken, an Rasenkanten oder für den Rasenmäher nicht zugänglichen Stellen den Grünwuchs niedrig zu halten. Bisher habe ich immer Rasentrimmer im Einsatz gehabt, die Stromkabel benötigt haben. Ich habe mit ein Fadentrimmern begonnen und hatte in den letzten Jahren nur noch zwei Fadentrimmer im Einsatz, da diese eine wesentlich bessere Schneidleistung geliefert haben. Nun kam ich auf die Idee, das bisher gekannte als Akkugerät zu kaufen, um schneller arbeiten zu können, nicht mehr das Kabel nachziehen zu müssen und oder das Kabel beschädigen zu können. Weitere Gründe für das Akkugerät sind erhöhtes Einsatzgebiet. Ich habe mir das vorhandene Angebot angeschaut und viele Akku-Rasentrimmer miteinander verglichen. Für mich fielen die ein Fadentrimmer aus, dann gibt es noch die Akku-Rasentrimmer mit den Kunststoffmessern da fielen die Bewertungen sehr unterschiedlich aus und so ganz billig sind die ja auch nicht. Der 2-Faden-Akkuschneider von Bosch passte perfekt in mein Schema, jedoch ist der gute aber auch ziemlich teuer. Ich habe lange überlegt, ob ich so viel Geld in einen Rasentrimmer stopfen soll, habe mich dann aber überwunden und bestellt. Der Rasentrimmer kam und ich baute den Rasentrimmer aus wenigen Bauteilen zusammen ist wirklich ganz einfach. Die Bauteile machen einen hochwertigen und sehr stabilen Eindruck. Der 36-Volt-Akkublock ist ein wahres Monster. Zusammengebaut wirkt der Bosch 30-36-Li groß und sehr stabil. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.